Wir haben immer noch eine Chance, Amelie. Vielleicht. Wir müssen uns einfach Zeit lassen. Ich will nicht warten, ich will dich heiraten. Dein Vater hat mir einen ziemlich vernünftigen Vorschlag gemacht. Kündige nicht, Amelie, bitte. Ich habe gesagt, ich denke darüber nach. Sag mal, was gibt es da noch zu überlegen? So etwas wird dir gut tun. Blauer Himmel, blaues Meer, mein Charme. Das klingt schon sehr verführerisch. Morgen Mittag geht der Flug und in vier Tagen sind wir wieder zurück. Ach, darum geht es nicht. Ich habe so viele Überstunden, ich könnte einen ganzen Monat lang Safari machen. Ist doch ein wunderbarer Plan. Also bis morgen. Ach Daniel, ich kann nicht. Das kann dich Stefan nicht antun. Stefan. Sag mal, was muss ich tun, damit du mir glaubst, dass ich wirklich nur deine Hilfe will? Versuch mal mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dich dein ungelebtes Leben langsam, aber sicher kaputt macht. Wie wäre es, wenn du mal den Mut aufbringen würdest, das zu tun, was du wirklich willst?